Jetzt stehe ich hier vor Maffsee in Hannover, wo ich heute Morgen überhaupt nicht dran gedacht hatte, als ich in Bremen am Bahnhof war. Es ist ja mal wieder Maffsee-Fest. Sehr schön gespeiset habe ich dort im Courtyard hinter mir. Oh, was ist nur mit meiner Stimme los? Von Singapur bis Everdeen. Wenn du mich fragst, wo es am Schützen war. Hier geht es nun zum Sprengel Museum. Was habe ich doch für ein Glück, dass heute Freitag ist. Und ich finde mich auch gerade. Ich hätte natürlich noch ein bisschen mehr zeigen können. Aber ich sage mal so viel. Es war ein wirklich sehr schöner Tag hier in Hannover am Maffsee.